Hey Leute und herzlich Willkommen zurück zum Programmieren Lernen. Heute geht es um Mehrfachvererbung und das sogenannte Diamantenproblem. So, wir wollen uns heute angucken, was das ist und warum das überhaupt auftritt. Okay, nehmen wir mal an, wir wollen jetzt noch von einer zweiten Klasse erben, zum Beispiel Class ABC. Und diese Klasse enthält auch eine Funktion neuer Schüler. Und die macht jetzt genau das Gegenteil davon. Die macht hier einfach mal ein Minus rein und hat jetzt natürlich einen komplett anderen Effekt wie unsere Klasse Schule. Ich kann von mir aus auch diese Bildungsinstanz implementieren, das ist eigentlich völlig egal in dem Fall jetzt. Aber wir sehen hier das Problem. Wir wissen jetzt nicht, welche Funktion neuer Schüler wir hier tatsächlich aufrufen sollten. Und zwar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in meinem Gymnasium diese Methode hier nicht überschreibe, als kleines Beispiel, und wir auch noch von ABC erben. So, und was jetzt passiert ist, Gymnasium bekommt jetzt natürlich auch eine Methode. Wir hatten hier gesagt, okay, wir haben hier eine Klasse Schule und von der erben wir diese Funktion oder Methode neuer Schüler wird natürlich auch vererbt. Das heißt, wenn ich bei unserem Gymnasium G hier unten, das hier brauche ich mal wieder nicht, wenn ich bei unserem Gymnasium G hier unten die Funktion, Sekunde, G Punkt neuer Schüler, Schüler, so, aufrufe, dann wird hier automatisch diese Funktion aufgerufen, weil wir die ja geerbt haben. Jetzt haben wir aber gleichzeitig noch aus der Klasse ABC auch die Funktion oder die Methode neuer Schüler geerbt und die macht was komplett anderes. Also im Endeffekt könnte hier auch stehen, Launch a nuclear missile oder sowas oder zerstöre die Welt oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und das ist natürlich jetzt ein Problem, denn wir wissen nicht, wenn wir jetzt hier G Punkt neuer Schüler aufrufen, welche davon sollen wir benutzen. Denn wir haben ja hier mehrere vererbte Klassen. Und was jetzt hier viele Sprachen tatsächlich machen ist, sie verbieten das einfach. Das heißt, das hier wirft mir einen Fehler, weil, also generell, sie müssen nicht mal unbedingt dieselbe Methode hier haben. Also es kann auch so aussehen, Class ABC, was auch immer, das brauchen wir nicht mal. Einfach nur eine Klasse ABC, die nichts kann, aber wir dürfen trotzdem nicht von ihr erben, weil es könnte ja sein, dass diese Klasse ABC von irgendwoher eine Methode neuer Schüler zugeschustert bekommt, zum Beispiel eben durch irgendwelche vererbungskomischen Hierarchien, die wir nicht kennen. Und dann sagt einfach jeder Java Compiler zum Beispiel von Anfang an, okay, das funktioniert nicht. Also es gibt keine Mehrfachvererbung. Andere wiederum sagen, ihr seid selber da, ihr seid selber groß, ihr seid selber dafür verantwortlich, was da gerade passiert. Das heißt, wir erlauben das, aber es kann natürlich zu Abstürzen kommen. Und, also zum Beispiel immer, wenn man sich nicht sicher ist, welche Funktion neuer Schüler man jetzt hier eben aufrufen soll. Das heißt, in dem Fall würden wir einen Absturz bekommen, aber wenn diese Funktion hier eben einfach weg ist, dann würden wir keinen Absturz bekommen, dann würden wir hier zwar einen Fehler deswegen bekommen, aber so würden wir keinen Absturz, so würden wir gar nichts bekommen und es würde einfach ganz normal durchlaufen. Das ist zum Beispiel auch die Art und Weise, wie, soweit ich weiß, C++ das Ganze regelt. Und dann gibt es auch noch Leute wie Python, glaube ich, macht das so. So, da sagt man, okay, wir dürfen so vererben und wenn es irgendwie Konflikte gibt, dann zählt die Reihenfolge, in der ich die hier angegeben habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Funktion oder eine Methode neuer Schüler habe, dann wird einfach zuerst die von Schule genommen und falls ich in Schule keinen neuen Schüler finde, dann wird ABC genommen. Das heißt, da wir in Schule hier einen neuen Schüler finden, also diese Funktion, die Methode, dann wird automatisch die hier genommen und bei ABC wird einfach nicht mehr geguckt. So kann es natürlich auch keine Probleme geben. Aber die meisten Sprachen sagen, okay, das ist uns zu riskant, wir wollen euch ein bisschen Hilfestellung geben und schmeißen einfach schon zu Kompilierzeiten einen Fehler, dass wir eben nicht mehrfach Vererbung können. So, in manchen Fällen möchte man jetzt aber vielleicht mehrfach Vererbung haben und dazu sind dann Interfaces da. Interfaces helfen einem durch dieses Dilemma durch, denn ich kann natürlich so viele abstrakte Klassen bzw. Interfaces erben, wie ich möchte. Abstrakte Klassen, nicht abstrakte Klassen, sind nochmal was anderes. Das muss ich euch auch noch zeigen. Aber bei Interfaces ist das kein Problem. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier ein weiteres Interface, das nenne ich jetzt mal ABC und das hat auch eine Funktion neuer Schüler. So, und jetzt haben wir hier Schule, das implementiert Bildungsinstanz und ich habe das Gymnasium, das von Schule erbt und dann sage ich aber gleichzeitig noch, ich möchte auch noch Implements, wie haben wir es genannt, ABC haben. So, automatisch haben wir hier jetzt eine Vererbungshierarchie. Das bedeutet, wir haben hier Schule und wir bekommen von Schule das Interface, Bildungsinstanz mitgeliefert. Bildungsinstanz hat dieselbe Funktion oder dieselbe Methode neuer Schüler, zu der wir verpflichtet sind und liefert uns tatsächlich auch gleich eine implementierte Version von neuer Schüler mit, da wir ja von Schule erben und nicht nur von Bildungsinstanz. So, und wenn wir jetzt hier aber gleichzeitig noch sagen, wir wollen von ABC erben, dann heißt das nichts anderes, wie unsere Klasse Gymnasium ist dazu verpflichtet, eine Funktion neuer Schüler zu haben und hat eine implementierte Variante von neuer Schüler und ist verpflichtet, eine neue Schülerfunktion zu haben oder Methode zu haben. Und das macht natürlich überhaupt nichts, denn wir haben ja hier eine Variante davon mit Code und da fällt es auch nicht schwer, sich zu entscheiden. Man kann einfach die Einzige nehmen, die man hat, nämlich die aus Klasse Schule. Und dadurch haben wir hier sogar dieses Implement ABC erfüllt und alles ist gut, alle sind glücklich und können nach Hause gehen. Das heißt, ich kann auch mehrfach Vererbung von Interfaces haben, ich kann auch hier oben sagen, ich möchte jetzt gleichzeitig noch von ABC und vielleicht noch von was Dritten und, 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 und so weiter und so fort. Also, ich kann so viele Interfaces vererben, wie ich möchte, aber nur eine einzige Klasse in den meisten Sprachen oder es kann dann halt eben zu solchen Konflikten kommen oder ich kann diese Konflikte irgendwie durch die Reihenfolge auflösen. Das sind die Varianten, die wir bei Mehrfachvererbung haben, aber am sichersten seid ihr, wenn ihr mit Interfaces arbeitet und Mehrfachvererbung einfach möglichst nur auf diese Interfaces beschränkt. Gut, das war's von meiner Seite. Nächstes Mal kommen noch abstrakte Klassen, dann haben wir noch was zu Protected und ich glaube, dann sind wir tatsächlich erstmal durch mit der Vererbung an sich und können weitermachen mit so Sachen wie Generics oder sowas. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!